nein noch zwei herzen ich habe keine ahnung ich muss erst mal ein land kommen noch eins nein noch ein halbes herz wir kommen zurück zu minecraft city von maruna minecraft city 2 ich habe wirklich hamburger lecker lecker wir sollten mal wieder deine alte tradition ins leben danke ich werde direkt essen sobald ich hunger habe habe ich vor der folge das kann ich lange vorhanden jede folge das neues zu essen sehr schön und ihr habt schön weiter gebaut hier während ich nicht da war nicht sinnvolles gemacht nur häuser gebaut ein paar gebäude errichtet und die feuerstelle ich immer aktiviert damit wir essen braten können die schau ich mir dann mal an außerdem haben wir ein paar apfelbäume wenn mein holzhaus ohne dach ja dach ist so ein bisschen ein problem wir können keine ich kann noch keine stairs bauen deshalb haben leider alle häuser noch kein dach kommt noch auf mich mal hier ist sägewerk beziehungsweise wird es das sägewerk wir haben schon angefangen verschiedene holzarten zu sammeln ja draußen die stämme sehen schön aus schockenblöcke genau hier wäre auch dann noch genug platz wenn ich die augenlots ein bisschen versetzt um 1 das wird das automatische sägewerk man ist wirklich irgendwie speere oder man schießt einen bogen da drauf oder vielleicht hau ich zurück oder noch hast du dir jetzt im inventar ich habe kein leben ja weil du nie was ist ja ich habe hunger ich kann was essen der mit ex guten Appetit also hier wäre dann auch genug platz für einen pferdebetriebenen äh chopping-dings da äh sieben mal sieben ähm soja bis zu den Birken ja aber hier fehlt eins von Sägemühle bis hier rüber sind es sechs sieben bennen von hier bis hier rüber sind es sechs Felder ja dann nimm es natürlich das wenigste geh eins nach rechts dann hast du sieben ich weiß ja nicht wie groß das sein muss ne sieben mal sechs ein bisschen über sechs egal wo du anfängst zu zählen drei, vier, fünf, sechs ja es tut mir leid die hausecke passt halt aber der zählt vertikal ich habe doch gesagt die augenblöcke müssen nur eins nach rechts da hinten haben wir noch ein gebäude oh wir haben jetzt ähm 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 Zuckerrohr schätze ich mal Zuckerrohr war noch genügend angebaut das funktioniert noch so wie ich früher also ich reiß den oberen Teil ab und der Rest wächst nach nicht dass ich hier wieder irgendwie eine lustige Mechanik nicht kenne und der Zuckerrohr erschießt mich oder sowas das einzige was sich geändert hat sind die Rezepte das hier ist auch ein Fisch drin ein Aussichtsturm der Turm der Nachtwache das wird eine Mühle hier drin natürlich auch genügend Platz für ein äh für ein Pferdebetriebnis Mühlerad 3 das Pferd verdurstet nicht weil es regnet 7x7 ist noch nicht fertig mach nicht hier so einen Stress ähm äh außerdem haben Mavia und ich beworsten dass die Mühle irgendwann natürlich ein Upgrade kriegt welches verraten wir euch nicht juhu mehr Power und äh genau die Brücke habe ich ein bisschen designt das sieht jetzt glaube ich besser aus als vorher was sagt ihr? äh lass mal schauen so von der Seite her genau ich dachte mir nachdem da hinten war nämlich zu tief oder? mhm? die Höhe ist nochmal angehoben worden ähm ich bin hier auf jeden Fall beim letzten Mal wo ich mir die Brücke genau angeschaut habe kam sie drüben irgendwie zwei drei Blöcke tiefer an so oh hier geht es auch noch irgendwo hin ist das der Startpunkt oder sowas? das ist der Spawn hier ja okay dann ähm würde ich mich aber mal in die Tech stürzen sonst haben wir hier eine lange Schau und kommen wieder nicht vorwärts ja wer meinte schon wir sind noch nicht mal bei Tech 1 mhm außerdem ähm möchte ich erwähnen dass auch immer noch hin und wieder neue Spieler hinzukommen werden ach ja stimmt ja und da haben wir drüber beratschlagt und haben jetzt gesagt wir schauen uns die auf jeden Fall mal an wenn sie kein Mist bauen dürfen sie bleiben genau so siehts aus ähm gut ähm wir kümmern uns alle um unsere Techs oder wir machen das ja so viele Techs gibt es jetzt noch nicht wir gucken jetzt erstmal dass mal Leder hinbekommen ja das versuche ich jetzt mal gerade da hatte ich ja schon vorbereitet da hatten wir so ein letztes Mal geschaut ach halt ich muss euch noch was sagen ich brauche nasses Leder das die getrocknete ach ähm halt das ist nicht Haut ähm Tierfell getrocknete Tierfell habe ich schon die wollen mich nicht reden lassen äh ich lass dich reden aber der dann nicht bäh äh es gibt eine Overview Map äh Overview Map think about it yo 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 wo man wie schon gesehen steht im Discord bei dir drin ja Übersichtskarte jup ok äh schaue ich aber nicht jetzt in der Folge nach ja nur dass du was weißt die Darkland Biomes werden aber soweit ich weiß nicht angezeigt ähm ich werde mich mal auf den Weg machen und die suchen ich hab keine Ahnung wie die aussehen aber ich suche einfach mal Darklands äh mach dir vorher einen Kompass warum wir haben doch die Overview Map und ich habe eine gute Orientierung äh ja ne ich meinte einen Darklands Kompass damit du das Biome auch findest wie geht das guck ihm äh Checktree nach das ist ein Achievement das hier ich verstehe nicht warum ich jetzt kein nasses Leder craften kann ich hab Resin ich hab die Flüte äh die Wasserblase und ich hab mach das mal in deinem eigenen Inventar ich Nature's Kompass jetzt geht's eben ging's nicht komisch sehr merkwürdig mit meinem Replay schauen ob man sieht was ich falsch gemacht habe oder nicht haben wir Flake Bones äh wir haben genug Bones aus denen ihr Flake Bones machen kannst geht das nochmal oh das ist aber nervig mit den leeren Inventarslots die ich brauche um was wegzunehmen so aber wie viele Wasserblasen hast du denn? drei die hatte ich beim letzten Mal noch gemacht jetzt geht's schon wieder nicht mit dem auf das Ding schlagen jetzt geht's komisch ja weil du da zu nah dran bist und wahrscheinlich da oben den Kasten vom äh Schrank ein hast das wird's wahrscheinlich gewesen sein gibt's auch jemand so blöden Kasten dahin kann ich den Kasten nochmal wegnehmen? so weg damit ich hab schon wieder Hunger ich hab doch gerade erst gegessen Ham and Egg so damit das nicht noch jemandem passiert so wir haben jetzt das nasse Leder und das häng ich jetzt auf hier wird's jetzt nur eine Zeit lang trocken drei Minuten und Setz und jo was brauchst du denn schönes? den Kompass? ich probier's du schaust mir nochmal an du schaust mir nochmal an so das Kompass Nature's Kompass genau ja ich hab ihn na dann laufen wir einfach mit dir mal hin tadaa und ihr habt alle das Achievement gekriegt das ist auch cool ja natürlich ja online funktioniert's wir haben schon festgestellt offline klappt das nicht so toll aber ja das kann man ja dann gewaltfosten quasi okay es gibt einen Speerfisch der mich irgendwie stark an einen Simpsons Fisch erinnert oder an einen Simpsons Fisch komisch ähm nehmt genug zu essen mit ich hab keine Ahnung wie weit wir laufen müssen ich hab noch dabei ich hab 64 Beeren und von euch noch drei gebackene Kartoffeln okay und was sagt mir der Kompass jetzt? oh Gott Darklands ja genau einmal kurz in die Hand hätte ich ihn natürlich auch gerne State to Sound Darklands coordinates wo ist denn Varuna hin? Varuna wo bist du? keine Ahnung hier hier da hinten kommt er dann zeig doch mal bitte kurz her ob der irgendwas ja ja und dann gib ihm ja wieder zurück dann kriegst ihn ja wieder rein okay bei mir steht unten links ne Distance und die Distance wird nicht mehr angezeigt sie ist nicht innerhalb des Bildes das ist über euch ein Bild ansonsten hat der eindeutig ne Kompassnadel wohin zeigt war es im Bild bei mir leider nicht ähm also Koordinaten zumindest die Distance weiß ich gar nicht die Distance steht noch unten aber leider äh das wird für mich auch nicht mehr angezeigt 3.894 boah da sind fast 3.000 Blöcke weit weg wie 3.000? ich dachte 2.800 stand bei mir ja wir sind aber hier bei 200 oder irgend so was nicht weiter diskutieren wenn das wirklich so weit wird guck mir schnell los äh sort äh hätten wir Pferde wir haben doch Karotten soll man auf auf Ziegen äh auf Schafen äh Schweinen reiten in die Richtung so mal ja ich kann mir keinen bauen bis jetzt sind das bei mir nur unbekannte Gegenstände dann folgt mir ok auf geht's aber man kann sich übrigens einen Rucksack bauen kostet nur 4 Liter mhm schön wenn es gut läuft haben wir bald 3 bald wir Leder haben können wir relativ viel machen inklusive auch Betten etc Gott sei Dank also wir könnten jetzt auch schon überlegen ob wir ähm abwarten ähm bis das Leder fertig ist und das Betten machen und dann erst losziehen dann können wir nämlich nachts schlafen wir können auch nachts einfach laufen komm sei doch nicht so feige Leute ich wollte nicht nachts schlafen ich will endlich zu den blöden Darkland-Bium Darkland-Bium doch ihr habt doch alle Rüstung und Waffen dabei ähm ich hab noch ein bisschen was an Rüstung daaaa hab ich vergessen anzuziehen weil ich in der Folgen die Folgenstaat nackig machen wollte Piranjas Achtung das sind keine Piranjas Piranjas sind fünfmal so groß und machen agressiv schnapp 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 und da hinten ist Meer das heißt wir sollten uns jetzt hier mal ein bisschen Holz holen und Rafts bauen oder das wir doch echt keine Boote Flöße was siehst du denn hier Hauptsache ich komm über das Meer dann holen wir mal ein bisschen war ich hier schon in der Ecke als ich Knochen gesucht hab und du hast Beschiss und stehe das außerdem auf meinem Atlas dementsprechend seh ich das damit der Atlas ist jetzt online oder offline? Atlas ist das Buch achso ja warte mal kurz wirst du das hab ich noch nicht bekommen oder wie? ja gut zu wissen ups das wollte ich jetzt nicht so kurz mal die Aufnahme abgekackt achso ja ich wollte wissen äh der Atlas zeichnet jetzt auf wo? guck ich sag dir doch da ist ein Piranha bist du schon wieder? ich hab euch verloren ich bin noch am Meer ohne den Atlas ich schau ihn an geil der bleibt jetzt rechts oben wie krieg ich den wieder zu? geben wir das Ding ausm äh ausm was der Hautbar rausnimmst was seid ihr denn? sau geil hier oben auf dem Baum und such euch dahinten ist grad einer gelaufen aber das war's dann auch schon ah da ist einer hinterm Berg ja das bin ich ich hab jedenfalls da hinten am Berg eingesehen also ich bin direkt am Meer ah das ist da ok ah ja ok können wir denn überhaupt schon Blöße bauen oder muss ich dann wieder zurück für den Blöden Berg stumm rust können wir bauen ja allerdings brauchen wir dafür String da hab ich keiner dabei sauber ich hab auch keiner ich auch nicht ich auch nicht aber wir brauchen trotzdem einen Workstump das ist die Spaßvorbereitung haben wir gut gemacht ja soviel dazu ich hab mir nicht gemerkt wo wir zu Hause sind wo kommen wir denn her? ja Junge du wirst doch wohl noch die Richtung wissen aus der wir gekommen sind aber was wirst du denn da? ja soll man hier aussetzen in der Wildnis wir können auch einfach warten bis Nacht ist und ein paar Spinnen hauen bis sowieso gleich Nacht keine Ahnung mehr keine Ahnung mehr ich denke wir sind ungefähr aus dieser Richtung gekommen nein eher wahrscheinlich da aber dein Orientierungssinn ist echt ja von da ist die Magie gekommen da wo die Sonne untergeht die sehe ich noch nicht mal wie der Dead by Daylight Mond im Norden wo ist der Mond? ja im Norden aber ich sehe den Norden nicht wo die Mond auch nicht ich sehe echt keine Sonne die könnte da hinten sein dann habe ich auch nur um 90 grad daneben gelegen da ist ein Pferd da ist ein Dupli ist auch gut da ist ein Dupli ist auch gut trotzdem habt ihr mir gezeigt wenn ich N wie Nutrition drücke dann sehe ich sogar was ich so gegessen habe oder wovon ich etwas gegessen habe welcher Kuh ich hatte Lava gefunden 11 Herzen Lava da ist eine Kuh sonst kommen gleich die Zombies aus dem Löffel seid ihr jetzt zurückgelaufen? ich bin auch hier steht Odi Workstops steht auch hier ich versuche euch nochmal zu finden hm das sind noch mehr Piranhas seid ihr noch am Meer das Meer weiß ich noch oder guck mal der Atlas ist netterweise völlig festgehalten und hier ist ein Hühnchen hei was ist das Tier die Piranhas sind schon ganz schön krass ja einfach ein Häschen weil die 20 Meter über das Meer hoppen äh über das Land hoppen hab ich einen Hasen gefunden das Fisch das Fisch verirre mich gerade wieder was suchst du denn überhaupt? euch also sagen wir's mal so ich verirre mich nicht ich finde nur einen durch diesen Weg wir sind immer noch und kommen nicht mehr heraus ich finde euch noch ich finde euch noch ihr dürft erstmal spinnen und klatschen und irgendwann komme ich aus diesem dummen Loch auch nochmal heraus doch das ist ziemlich doof ich glaube wir so viel Spinnen kriegt man glaube ich gar nicht ich kann einfach mal nach Hause im Gegensatz zu Fisch du weiß ich wo das ist dann baue ich hier kurz so einen kleinen Unterstand aber was kann ich denn hier tun sinnvolles tun jetzt bin ich am Meer und wir brauchen noch und I-Cream hast du die direkt neben den Haus gemacht nein hier ist jetzt auch eine Spinner her danke ja eine reicht aber nicht wir brauchen ja hat nicht mal Faden fallen lassen dann weiß ich Beeper lässt doch keine Faden fallen ähm neun Holz brauchen wir gegen den Zombie geschlagen und es kam ein Geräusch als ob meine Waffe zerflicht er ist wahrscheinlich deine Rüstung zerbrochen stimmt das könnte es sein 100 achso ja generell mein Ton müsste jetzt ein bisschen so arg viel besser sein als letztes Mal sorry nochmal dafür kein Problem kein Problem wir haben ja deine Folge mit besprochen wir waren zu hören ja kassel so ich bin jetzt immer noch hier am Meer aber ihr seid beide nicht zufrieden wir sind da wo wir eben waren wir haben es nicht welche Ecke Formulat ist denn was siehst du denn in der nordöstlichen Ecke vom Wasser vom Wasser der Quatsch wurde das Wasser losgeklemmt vom Land aua oh au scheiße aber relativ küstennah also unten wo seid ihr hier ist vorne nicht mal Gegner wo bist du denn nordöstlich ich bin wieder zuhause ich laufe jetzt auf die Landzone zu im Nordosten welche Landzone ja das ist wirklich eine Landzone die Dinger heißen so ein Workstump Stump hier hat jemand einen Workstump gebaut mit die Karte cool die ist echt super guck mal ich hab dich gesehen wie der eingelaufen gekommen ist ich dachte ich soll ich jetzt was sagen oder nicht kannst du auch wenn du sie in die Hand nimmst und rechtsklick machst kannst du auch die ganz ganz groß machen und dir dann dementsprechend auch das habe ich eben schon gesehen keine Sorge vielen Dank Wakepunkte machen Wakepunkte auch? Kann ich denn nicht aus den Twimes irgendwie Strings machen? Gucken wir doch mal ich hätte gerne Strings ja einfach nicht Kann ich aus Vlies machen wenn es sein muss aus dem Vlies kannst du welche machen ich hoffe du hast 2-3 Ersatzflöße gemacht ich hoffe du hast 2-3 Ersatzflöße gemacht ich hab String dabei ich bin auf dem Weg zurück hm ich hab nur das Holz so kann wir ja nur eins machen hier ja ich schlage den Workstump Stump wie wird das Ding richtig ausgesprochen? hör auf dann hast du äh andere Sachen drauf Workstump uah was machst du denn jetzt das ist mit der Zombie kann man die Karte ein klein wenig kleiner machen? keine Ahnung das Buch meinst du? ja relativ ecken ausföhnt dann ist was nicht Follow Player ja dann kommst du wieder auf deinen Anzeiger zurück ansonsten kann man sich relativ schnell verirren auf der Karte so ich werd mal meinen scharfen Knochen hier nochmal ein bisschen schärfen ah maybe er kommt äh so Macfisto du stellst dich hin haust drauf und er legt die Dinger rein joos kein Problem aber vielleicht nicht oben drauf das sieht er noch nichts das sieht doch nichts wenn du da drauf stehst ich hab das Holz ich hab das Holz und kann ich das Holz drauf haben habt ihr das Rezept richtig? ja Logs tier strings man muss auch richtig abklicken mach ich doch nein machst du nicht guck mal so geht das ihr habt einen anderen Stein einen größeren oder so wir haben vielleicht einen Crafting Rock und du nicht ne ich hab einen aber ich hab links geklickt ha ich hab's ich hätte aber auch keinen Raft äh ich hab zwei hier sorry ja eben cool wow geht das ab also wenn ihr jetzt ein Piranha kommt aber der ist vom Boot runter äh von gewahrt das ist auch möglich ich weiß es nicht die sollen etwas schwächer sein laut Tooltipp als normale Boote sieht aber süß aus wir sind gleich schon drüben jo ich verliere euch ich dürfte irgendwie die falsche Richtung ab ja du musst bloß nach vorne drücken ja die Piranha sind hinter dir die Piranha sind hinter die Piranha vielleicht sind wir jetzt die Piranha von Piranha sind hinter dir ne sind die wirklich hinter mir ich höre noch ja wirklich Piranha sind hinter dir 3, 4, 5 nein nein oh es kommen noch 2 wenn ich esse werde ich langsamer sind die schneller wie ich da hinten ist ein wassertempel nein sie waren da einer hat mich gebissen ich will nicht nach rechts abbiegen weil dann haben wir vielleicht ein kürzer hinter dir kann ich nach rechts abbiegen sind die vielleicht links hinter mir ist auch ein komisches geräusch klingt aber nicht die schlappen eher wie ein riesen seekraken auch immer klingen ich habe noch halbes leben ja denk einfach an den fluch der karibik der kraken so klingt es jetzt sind bei dir drei piranjas irgendwie möchte ich nicht mit euch hier weiter schwimmen vor allem das wurde noch nicht gewissen die minimap sagt es kommt bald land und dann geht es immer weiter 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 nee das wenn du am rand guckst das ist nicht land das ist leer nicht bezeichnet nicht täuschen lassen vielleicht vorher noch mal essen sollen aber es ist insofern vorteilhaft dass wir hier auf dem meer sind kommen wir wenigstens schnell voran 3000 blöcke kann auf dem fluss nichts essen aber ist mir auch egal sieht süß aus ich würde ja gerne wissen wie es aussieht kannst du dir dann bei mir anschauen also du hast echt so einen riesen fischschwanz hinter dir anfischen momentan sonst nur ein halbes dutzend jetzt hat mich gerade wieder einer gewissen nein komm wir fahren jetzt hier eine stunde rüber und dann wirst du tot gebissen noch mal einer hat mich gebissen ich habe noch dreieinhalb herzen ey komm ich kann ja nicht schneller was soll denn das dann nenne ich die folge warum ich sehe land ich sehe land ich sehe land ich muss jetzt an maviors aussage denken mit sie können bis zu 20 felder ins land einspringen und sich beißen äh noch drei hat sie das ist vielleicht ein bisschen übertrieben aber da die haben keine probleme mindestens fünf sechs felder rein zu springen und dann weiter zu klappen vielleicht noch zwei drei felder wie komme ich runter mit schiff ja ja wie früher mit dem boot ja ja mach das mal wie weit sind wir die noch weg du hast den kompass äh wir sind gleich da also ich bin gleich da noch vielleicht 30 blöcke nein noch zwei herzen das die oben meinte genau ich habe keine ahnung ich muss erst mal noch eins nein noch ein halbes herz und 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 tadaaa alter ich glaube ich spinn fack 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 boah sind die aggressiv diese piranhas seid ihr dort es schlappert hinter mir boah die haben mir jetzt sechs herzen runtergebissen in ein paar sekunden habt ihr es geschafft ja ja okay dann war es das denke ich mal bei mir von der folge okay ich werde jetzt mal respawn und dann nochmal dahin gehen damit wir dort zusammen die dinge suchen können boah willst du jetzt ausmachen ja klar was soll ich denn jetzt ausmachen okay ich muss jetzt respawn dann bin ich zu hause ähm ja von dem her fahr ich dann offscreen einfach mal wieder hierher und dann sehen wir uns in der nächsten folge wieder also sollt ihr jetzt doch nicht warten oh fack wäre nett bis dahin ciao okay bis dahin ciao Leute bis dahin bis dahin bis dahin